Ich gehe zur Europawahl, weil ich die europäischen Kräfte in Europa unterstützen will. Ich gehe zur Europawahl, weil wir gemeinsam mit einem vereinten Europa nun überstaatliche Probleme wie den Klimawandel lösen können. Ich gehe wählen, damit ich mit meiner Stimme etwas bewegen kann. Ich gehe wählen, weil wählen wichtig ist, weil ich finde, wenn man nicht wählt, kann die falsche Partei an die Macht kommen. Ich gehe wählen, weil wer nicht wählt, wählt AfD. Ich gehe wählen, weil es ein unglaubliches Privileg ist, überhaupt wählen zu dürfen und es wichtig ist, mit seiner Stimme die Politik aktiv beeinflussen zu können. Ich gehe am Sonntag zur Wahl, weil Europa meine Heimat ist. Die EU steht für Frieden, Freiheit, Sicherheit und Demokratie. Und das soll so bleiben. Ich würde mir wünschen, dass jeder am Sonntag seine Stimme abgibt. Denn nur, wenn die Wahlbeteiligung groß ist, wenn wirklich jeder zur Wahl geht und seine Stimme abgibt, dann wird dieser Anteil der Menschen, die Europa auseinander treiben wollen, ein kleiner sein. Und darauf hoffe ich. Ich gehe wählen, weil wir der Europäischen Union 74 Jahre Frieden zu verdanken haben. Ich gehe am Sonntag wählen, weil die großen Herausforderungen unserer Zeit, die lösen wir nicht nationalstaatlich, sondern nur im Verbund mit unseren Nachbarn. und meine eigenen Stimme abgibt. Ich gehe in die compartimenten, wo es ihr nicht geultet, Genau. Ich gehe in die Asplant,